Du Freundes Willkommen zurück zu der Playstation Minecraft Willkommen zurück zu der neuen Minecraft Playstation für den Dischen In der letzten Folge haben wir da hinten diesen Pillager-Turm besichtigt und waren noch hier in dem Schiffswrack und haben einen Schatz ausgegraben Ich hab mein Bett schon wieder vergessen, das geht's aber nicht Ich vergesse immer wieder mein Bett So, wir sind immer noch auf der Reise Na gut, wir haben es eigentlich schon geschafft, wir sind im Osten angelangt aber wir müssen halt irgendwie noch die Karte vollständig hier vollständigen, genau So, dazu müssen wir jetzt einmal da hinten hinfliegen Halt, 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 halt Okay Rudi ist noch da, ich hab ihn doch gerade gehört Da versteckt er sich schon im Sand Alles klar So, wir haben immer noch kein Korallen-Riff gefunden Wir haben noch kein Dorf gefunden Also kein neues Dorf Das muss einfach sein Und Sonst haben wir, glaube ich, wirklich Bisher alle Biome jetzt schon gefunden Oder wissen zumindest, dass wir sie haben Ne, eine Pilzinsel haben wir noch nicht gefunden Eine Pilzinsel haben wir noch nicht Aber Die habe ich schon seit Was weiß ich wie vielen Jahren schon nicht mehr gesehen Als ich eine neue Welt immer Mal wieder angefangen habe Auch eine private Welt Aus der tatsächlich nie was geworden ist Habe ich ja am Anfang mal erzählt 2017 irgendwann schon mal eine private Welt Die Habe ich Zirka Drei Wochen versorgt und dann nie wieder angefasst Die kann ich auch mal zeigen, die ist auch ein komplett Anderen Niveau Ne, äh, was das denn Also das sind die Künste Die ist auf einem komplett anderen Konto erstmal Ja Auf GamerLikeGaming Habe ich auch mal angekündigt Ja, in der 60. Folge irgendwann Als wir diesen Weg zum Eisschloss gebaut haben Da stand das Eisschloss Nicht mal Ähm, da habe ich ja erzählt Dass Ähm, mein Kanal Dass ich meinen Kanal aufgeben werde Und dass ich das letztes Display nochmal Banjiko Sui bringe Das habe ich noch 100 Mal in der Folge erwähnt Und da habe ich ja auch gesagt Ich habe einen neuen Kanal mit dem ich jetzt schon Durchstarten will, ja Und, äh, der Kanal der hat bis heute Ich glaube 5 Abonnenten Weil ich da zu der Zeit auch Gar nichts gesagt habe Wie der Kanal heißt Ja, den habe ich dann Anfang 2018 auch direkt aufgegeben Ende 2017 habe ich das Ding gegründet Am 25.12. Tatsächlich An Weihnachten, ja Und, äh, irgendwann Anfang 2018 Direkt schon aufgegeben Nicht mal ein Projekt Fertig Gemacht Mein erstes Projekt sogar noch abgebrochen Das war Super Mario 64 Ja, da habe ich nicht gesagt Dass ich da GamerLikeGaming heiße Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie Oder, äh, noch nirgends preisgegeben Ich glaube, das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo ich das sage, oder? Habt ihr, hab ich das schon mal gesagt? Dass dieser Kanal GamerLikeGaming heißt? Heißt Ich weiß nicht, könnt ihr mal suchen Vielleicht findet man den ja sogar Ne, GamerLikeGaming.de heißt der glaube ich sogar Das ist so ein rotes Profil mit einem Controller drauf Müsste mal schauen Und alles gleich geschrieben glaube ich Und so hieß auch dieses Dieser andere Account und da habe ich einfach Minecraft auf Englisch Gespielt, ja ich weiß nicht warum Nostalgie Hintergründe So, jetzt sind wir hier wieder im Schneegebiet Das müsste hier eigentlich zu Ende sein Genau, da hätten wir schon wieder eine riesige See Das Schnee ist zu Ende Vorbei ist der See und was Dann müssen wir weiter Hop, 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 hop Hop, 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 hop Hab ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur 88 Minuten Rudi ist noch da Ich sag gerade, wer im Dorf Leider Pisch Es war nur der Dorf Trottel Der sich immer Eis verirrt hat Der Ureis Einwohner Der Eis Ureinwohner Der haben wir früher Ganz früher haben wir den Ei gefroren Um mal ein paar Experimente um den zu machen Ob der noch lebt, weiß ich nicht Oh Hier ist das Korallenriff Ein Korallenriff Ein Korallenriff Wir können nicht abhauen Das war das Der Spitzer kann nur die Richtung sein Nimm einfach mal so ein paar gelbe hier mit Der Tee nehme ich auch mal mit Hupsala Der Tee wir nehmen das von behutsamkeit irgendwie geht das nicht keine ahnung wie das funktioniert aber freuen wir haben einen korall jetzt ist wieder ein dings da sind wir wieder schildkröten ich hab doch hier ganz was übersehen ich blieb immer ganz kurz ein bisschen drüber so dass ich wieder sehe wo die ist nicht da das wundert mich tatsächlich auch kein stück deshalb fliegt ich ganz kurz wirklich drüber dass ich ein schiff schreibt das bleibt jetzt einfach mal da wie viel schildkröten sind die auf die schildkröten so dann fliege ich einfach mal in die richtung hier da ist wo die wir genau das ist das hat sich angehört wie russisch und das wird das wort gibt es vielleicht noch da ist er aber nicht gesehen so freunde die sind hierbei fertig wir können die heimreise anbeten und ich bin wieder sein wie viel fluss kann denn auch dieser wird sein wasser guck mal wie viel schiff fragt sie da ist der nächste wassertempel also sind wir jetzt bei vier das schon wieder so ein teil die sind einfach hier oben direkt nebeneinander wo ist der jetzt schon wieder so ein teil dann nehmen wir doch dieses böse oben oben genau vor allem oben dieses böse oben auch noch gerade auf uns auf und schildkröten dass ich in den ersten wo die du bist jetzt ich bin ja auch nicht auf künftig der andere kommt auch schon mal in der Zeit nicht angehen dann abgeschossen was du das A 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 B A A A dann geht bald kaputt und deswegen ist sehr schön hier geblieben das sind ein bisschen zu viele verzaubert der legt ja noch steht ja noch vor mir wie viel sind das sind durchschuss jetzt wieder eingesperrt eben befreie ich diesmal es ist holz ich hab den schon wieder geschlagen das sind ja zwei au ich bin erst mal sagen ich bin bald tot war die stimmende hier auf rücksetzpunkt geht es nicht ich bin bald tot war die stimmende hier auf rücksetzpunkt geht es nicht okay ich gehe jetzt da rein das ist ja der anführer und ich hab das wieder von neu nächster und da sind immer noch welche Das kann doch nicht wahr sein. Da ist immer noch einer. Noch eine Anführer. Au. So, was haben wir hier drin? Wieder zwei Erfahrungsflaschen. So, und jetzt packe ich erst mal den ganzen Sand hier rein. Und das da auch. Das kommt da rein. Die Schatzkarte kommt da rein. Pfeile kommen da rein. Die Erde kommt da rein. Die Blumen kommen da rein. Nee, herz ist mehr. Das hab ich extra mitgenommen. Und das war's halt leider schon wieder. So, wo hab ich jetzt... Das war doch da irgendwo, oder? Wo hab ich Rudi gelassen? Da hinten irgendwo. Da geht's dir. Da kommt er wieder so nach oben. Rudi, Rudi, die hat mich bei mir zerfetzt. Der Eisen, der Eisen wollen schon wieder. Das ist nicht gut. Zum 2 von den Illager-Banner, die nimmt mir ganz sicher mit. Rudi, du kommst mit. So, wir haben's gleich geschafft. Wir müssen ja so noch in die Richtung. Und dann zurück. Und zurück, und zurück, und zurück, und zurück, und zurück. Kennt ihr das noch? Das war auch von diesem Projekt hier von Staffel 1. Oh! Ich bin wirklich gespannt, wie die Karte gleich aussehen wird. So, wir fliegen jetzt auf jeden Fall gleich noch schnell zurück. Rudi ist noch da, ne? Rudi fällt diesmal gar nicht so sehr auf. Also letztes Mal, ja gut. Letztes Mal war es ja auch noch irgendwie Rudi, äh, Ruder. Ruder ist leider nicht mehr da. Aber, die hat uns schon verlassen, auf der ersten Reise. Also es ist kein Wunder, dass Rudi auch bald nicht mehr da sein wird. Aber wenn, wenn der, sag ich, ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn der stirbt, dann baue ich noch einen Friedhof. Ich bin schon wieder von der Karte weg. Wenn der stirbt, dann baue ich noch einen Friedhof auf. Ach stimmt, ich wollte das Schissröck noch mitnehmen. Ah, Pech halt. Da ist ein Dorf! Endlich! Das gehört zwar gar nicht mehr zum Dings, aber wir haben ein Dorf und was, Tolle? Hier sind die neuen Rudis. Überfall! Überfall! Rudi, Überfall! Äh! Rudi, bleib Sitz! Mach Sitz! Was ist denn jetzt los? Ah! Der hat ja eine Tür. Überfall! Verbleibende Kreaturen 1. Was? Was haben die für Türen? Oh, was ist das denn? Wo ist denn der hin? Ich höre es mir erst mal weiter, ja? Mathe, neisige Geräusche. Wo ist er überhaupt hin? Aha! Das war's, wirklich? Das war's? Oh, ne, da kommt der nächste, da kommt der nächste! Sir, was ist das denn? Katze! Sir! Hilf denen mal! Geht ihr in euer Haus! Mir funktioniert der Teil überhaupt. So, wo sind die Assis? Hä? Was ist hier los? Wo sind die Viecher überhaupt alle? Was ist das für ein Haus? Wie kommen die überhaupt hierher? Die wohnen hier auf der Insel. Da ist er! Was macht der denn da? Sir, bleib mal stehen! Sir! Ey! Da fände ich rein von zwei! Wo ist der Spinner? Du bist nicht mein Dorf! Noch einer ist da! Okay! Wo ist das Vieh? Bist du das? Nee! Rudi! Schau mir nicht zu! Hilf mir mal! Nee, hilf mir lieber nicht! So, wo sind die alle? Da sind nur die Katze! Wo sind denn die ganzen überhaupt? Sind die alle hier oben? Ich verscheide in die Katzenhalle so! Aha, da bist du ja! Ich hab's geschafft! Da kommt schon wieder der Nächste! Das ist doch nicht wahr! Was ist das denn jetzt? Geh weg da! Was macht ihr da? Hör auf! Da kommt der Nächste schon wieder, der ist mir alles hier zu blöd, ey! Ich verhau mich hier ab! Wo sind die jetzt alle? Herr Berg, bist du es? Das gehört ja auch dazu! Ah, ach, nicht schon wieder! So, und zwar! Ey, keine Ahnung, wo die alle sind, ey! Was ist das für eine Pleite hier? Ich schau ab! Ich geh nach Hause! Vollgatt jetzt schon wieder überlegen! Das hört ja niemals auf! Ja, trötet hier nur ein bisschen! Das ist schon wieder der! Oh! Rudi, wir gehen! Der Ort hier tut mir nicht gut! Komm mit! Wir reisen zurück nach Hamburg! Seid doch mal still, bitteschön! So, hier sind zwei Schiffswracks! Ich schaue jetzt so, was sie in der Truhe haben! Bambu! Bus! Bambu Bus! Äh, eine Schatzkarte mal wieder! Und! Was hat denn noch hier so drin? Wollt hat er! Da könnt ihr mal aufhören, bitteschön! Was hat denn noch so schönes zu bieten? Ich frage es, wie der Nacht wird, wenn ich jetzt auch nach Hause! Und ich glaube, das schaffe ich nicht! Oh, in Diamanten sogar! So, schaffen wir das heute noch in der Folge! Ja, ich hab's langsam kapiert! Ich glaube, ich brauche wirklich immer nur in diese eine Kiste reinzuschauen! Und jetzt bleibst du dich im Wasser, komm her! Nee, wir schaffen es natürlich nicht mehr zurück! Rudi! In die Richtung muss ich! Ich will mir die andere Karte nochmal! Ja, ich hab's langsam kapiert! 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 Ach, da ist auch Rudi! 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 Wo soll ich nie jetzt vorbeikommen hier und hier rüberkommen? Geh's ja gar kein... Ich geh hier erstmal pennen! wo ist mein Bett ich habe mein Bett vergessen ich habe eiskalt mein Bett vergessen Gott sei Dank habe ich das Bett hier mitgenommen irgendwo ich weiß gar nicht mehr wo wo ist das her so mitnehmen Rudi jetzt nicht geschafft immer weiter 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 das war der Tempel in die Richtung ist mir gut ja bisher so wir sind wir haben die Hälfte warte hier nee halt dahin ich habe gehört so ok wir sind jetzt wenigstens wieder hier auf der Insel so aber ich fliege trotzdem weil die Folge schon wieder Überlänge hat so aber Freunde wir sind eigentlich schon hier wir sind zu Hause so wir müssen jetzt nur noch über unsere Brücke und dann haben wir es geschafft so Rudi alles ist gut gegangen auch wenn es diesmal ein bisschen knapperer als beim letzten Mal Rudi bist mir ins Wasser gefallen so hier sind wir wieder die Panda Bären okay die zwei Karten bitteschön erste Karte bam zweite Karte bam so sehr schön somit haben wir schon mal die Hälfte hiervon jetzt oh je und wir müssen noch das hier alles machen und das da und hier die komplette Seite erstmal soll man vielleicht erstmal diese Seite hier machen dann gehen wir das nächste Mal in den Norden dann machen wir das hier fertig dann machen wir das hier fertig und dann gehen wir erst hier hin das dauerte wirklich ewig wenn wir haben ja jetzt schon wie viele folgen damit verbracht hier und guck mal einfach wie das hier aussieht sondern wir haben hier so ein Turm wir haben da so ein Turm und irgendwie hier ist das Dorf das nächste Dorf das ist nicht irgendwie ja okay hier kann es auch natürlich auch sein das nächste Dorf das ist da und dann ist hier oben noch irgendwo ein Dorf ich weiß nicht wo so von aber das ist bisher unsere Karte ihr seht da fehlt noch ziemlich ziemlich viel also es ist gut dass wir das Projekt hier jetzt begonnen haben beim nächsten Mal werde ich hoffentlich eure Kommentare vorlesen also seid doch gespannt auf die nächsten Folgen Minecraft die Playstation 4 bis zum nächsten Mal bis an 3 und ciao fein Rudi Rudi das rüsselt schwer eh komm und lass zum nächsten Mal ich Vielen Dank.